In diesem Video geht es um die Frage, wie schnell ist das Licht? Galileo Galilei versuchte bereits um 1600 herauszufinden, ob die Geschwindigkeit des Lichts unendlich schnell sei oder eine gewisse Zeit benötigt, um vom einen Punkt zum anderen zu gelangen. Dazu führte er folgendes Experiment durch. Im Zentrum des Versuchs stehen zwei Personen. Sie halten jeweils eine leuchtende Laterne in der Hand. Diese Lichtquellen können nach Bedarf mit einer Hand auf- und abgedeckt werden. Die rechte Person deckt nun die Laterne auf. Sobald die linke Person das Licht sieht, deckt sie so schnell wie möglich ihre Lampe auf. Die rechte Person kann nun die Zeit messen zwischen dem Zeitpunkt, an dem sie die Lampe aufgedeckt hat und dem Zeitpunkt, wann die linke Person die Lampe aufgedeckt hat. Um die Reaktionszeit zu bestimmen, wurde das Experiment in kurzer Entfernung mehrmals wiederholt. Danach führten die beiden Personen dasselbe Experiment in immer größerem Abstand und in der Nacht durch. Auch bei größeren Entfernungen wurde stets die Reaktionszeit gemessen. Somit konnte Galilei mit diesem Versuch nicht eindeutig sagen, ob die Lichtgeschwindigkeit unendlich groß ist oder nicht. Ole Römer übernahm den Grundgedanken des Experiments von Galilei. Zu seiner Zeit war bekannt, dass der Jupiter-Mond Jo 42,5 Stunden benötigt, um den Jupiter zu umkreisen. Immer wenn der Mond Jo im Schatten des Jupiters eintaucht, ist er von der Erde aus nicht mehr zu sehen. Somit hatte man eine Lichtquelle, die sehr weit entfernt war und immer mal an- und ausging. Da der Jupiter und die Erde unterschiedlich lange brauchen für einen Umlauf um die Sonne, variiert der Abstand zwischen der Erde und dem Jupiter und seinem Mond Jo. Römer wartete nun auf den Tag, an dem die Erde dem Jupiter sehr nahe war und startete die Zeit, als Jo gerade aus dem Schatten des Jupiters austrat. Nun wartete Römer ab, bis der Mond einmal komplett den Jupiter umkreiste, im Schatten verschwand und stoppte die Zeit, als Jo wieder auftauchte. Der Mond benötigte für einen Umlauf um den Jupiter 42,5 Stunden. Römer dachte, dass er nun jeweils 42,5 Stunden warten muss, um den Austritt des Mondes aus dem Schatten des Jupiters zu beobachten. Er fertigte eine Tabelle an, mit den Zeiten, an denen er den Austritt erwartete. Zu diesen Zeiten richtete Römer sein Fernrohr in Richtung des Jupiters. Komischerweise stellte er fest, dass der Austritt sich immer mehr verspätete. Nach wenigen Monaten trat Jo sogar mehrere Minuten später aus dem Schatten des Jupiters, als berechnet war. Wie kann man das erklären? Als Römer seine Messung startete, waren Erde und Jupiter relativ nah zusammen. Danach wurde die Entfernung von Erde und Jupiter immer größer. Das Licht muss folglich einen längeren Weg zurücklegen und war daher für Römer immer ein wenig später zu sehen. Damit war klar, dass die Lichtgeschwindigkeit nicht unendlich groß sein kann. Aus seinen Beobachtungen ermittelte Römer eine Lichtgeschwindigkeit von etwa 220.000 km pro Sekunde. Die erste Messung der Lichtgeschwindigkeit auf der Erde gelang im Jahr 1848 Vizot in Paris. Das Licht einer Lichtquelle wird über einen halbdurchlässigen Spiegel auf den Rand eines Zahnrads gelenkt. Trifft es dort auf eine Lücke, kann das Licht das Zahnrad passieren, Läuft zum mehrere Kilometer entfernten Spiegel und zurück und trifft wieder auf den Rand des Zahnrads. Dreht sich das Zahnrad nicht oder nur sehr langsam, so kann das Licht, welches von der Quelle über den halbdurchlässigen Spiegel durch eine Zahnradlücke zum entfernten Spiegel läuft, ins Auge des Beobachters gelangen. Das Licht ist so schnell, dass es beim Rücklauf noch durch die gleiche Lücke des Zahnrads passieren kann. Jeder Lichtblitz gelangt also ins Auge des Beobachters, der bei sehr langsamer Zahnraddrehung die Lampe im Takt der Zahnfolge aufblitzen sieht. Bei schneller Umdrehung kommt unser Auge bei den Hell-Dunkel-Wechseln nicht mehr mit, es sieht eine mittlere Helligkeit. Erhöht man die Drehgeschwindigkeit des Zahnrads, so tritt der Fall ein, dass das vom entfernten Spiegel reflektierte Licht am Zahnrad nicht mehr auf eine Lücke, sondern auf einen Zahn trifft, welche auf die Lücke folgt, durch die das Licht beim Hinweg lief. Der Beobachter stellt nun Dunkelheit fest. Das Licht benötigt also gerade die Zeit, um den Weg zwischen Zahnrad und Spiegel zweimal zurückzulegen, in der sich die Lücke so weit dreht, dass das reflektierte Licht auf einen Zahn trifft. Damit hat man eine zurückgelegte Strecke und eine Zeit. Der Wert, den Fizou mit dieser Methode erzielte, betrug ca. 315.000 km pro Sekunde. Die Drehspiegelmethode ist ein von Léon Foucault entwickeltes Verfahren zur Messung der Lichtgeschwindigkeit. Eine Lichtquelle wird hinter einem Projektionsschirm mit einer Durchlassöffnung so angeordnet, dass deren Licht auf einen rotierenden Spiegel fällt. Von diesen wird es auf einen festen Spiegel gelenkt, von dem aus es wieder zurück auf den rotierenden Spiegel reflektiert wird. Da sich der Drehspiegel in der Zwischenzeit weiter gedreht hat und damit in einem anderen Winkel zum Lichtstrahl steht, wird der Lichtstrahl nun nicht mehr auf den Ausgangspunkt zurückreflektiert, sondern auf einen Punkt auf der Messleiste. Durch Messung der Strecke auf der Messleiste ist es bei bekannter Drehfrequenz des Spiegels und bekannten Abständen zwischen dem festen Spiegel, dem drehbaren Spiegel und der Messleiste möglich, die Lichtgeschwindigkeit im Labor zu bestimmen. Heutige Messungen ergeben, dass Licht eine unglaubliche Geschwindigkeit von ca. 300.000 km pro Sekunde hat. So könnte das Licht die Erde in einer Sekunde ca. 7,5 mal umdrehen.